Ein Leben ohne Farben, Bilder und Kontraste, das können sich die meisten von uns gar nicht vorstellen. Doch auch sehbehinderte Menschen können ihr Leben gut und selbstständig gestalten. Durch einen Einblick ins Leben von Dario Galanti sehen wir, wie der Alltag eines Sehbehinderten aussehen kann. Auch wo die verschiedenen Stolpersteilungen kommen, obwohl sie für die Betroffenen gar keine sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.